Musik 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 Joa, ich mach am besten mal Einmal Fackeln hier hin Musik Musik Muss ich dann eigentlich nur der Fackeln folgen Musik Ja, irgendwie komisch Es spawnen echt Sau wenig Viecher Ich verstehe es nicht Ist ganz komisch mittlerweile Hm Hm Na komm, ich geh mal hier lang Hier eine Fackel noch drauf Ich hab nur noch 10 Aber na gut Das ist nicht so dramatisch Da ist ein Schwein Ah, geht doch Nö, ich kann es leider so Nicht essen, weil Das ist Blödsinn Das gibt ja nicht so viel Energie Ich bin mir jetzt grad nicht so sicher Ob das Ob ich jetzt so lange überlebe noch Ein Bett hab ich ja schon Einen Creeper kann ich jetzt gar nicht gebrauchen Geh woanders in die Luft und lass mich in Frieden Ähm Ich würd sagen, ich geh hier mal weiter Was ist denn hier los? Na, ich geh mal hier außen rum Was ist da hinten? Ein Schaf, toll Was wie ich denn mit dem Schaf Noch ein Schaf Noch ein Schaf Immer ein Abgang Jo, solange wie ich noch Fackeln habe Da ist noch ein Schwein Ja, toll Verstehe ich auch nicht so ganz Warum Schweine nicht immer Fleisch geben Weil normalerweise Müssen die immer mindestens ein Fleisch geben Das wäre ja fair Aber irgendwie, naja Äh, warum ist ein Duckeleimer da hinten? Das war auch neu So wie es aussieht Man kann zumindest nicht mehr weit schauen Ah, hier ist Zuckerrohr Nehmen wir da gleich mal mit Boah Machen Abgang Jetzt helfe ich dir Oh, ich hab nicht mehr viel Energie Naja, ist erstmal egal Da ist ein Schwein Komm her, komm her, komm her, komm her War da grad ein Creeper oder was? Was war das gerade? Ich hab grad irgendwas gesehen Ich hab grad irgendwas gesehen Letzte ganz hier, was es war Ah, es hat endlich aufgehört zu regnen Meine Fresse Meer Ich ess das aber auf jeden Fall nicht roh Dann geh ich lieber gleich zurück und äh Brat mir das Das mir nämlich lieber Ich glaub mehr Gibt's ja glaub ich auch nicht Dann folge ich mal die Fackeln und geh mal zurück Oh, was willst du denn? Dann brate ich mir das Fleisch und gib mir mal Ja ne, ist klar Dann brate ich mir lieber mal das Fleisch Und äh Moment da Ist nur ein Schaf Äh Ich hab da glaub ich irgendwas gerade gehört Ist mir grad mal egal Ich lauf einfach Einfach in den Fackeln folgen Als Maul So ein Schwein So ein Schwein ist das töd ich gerne Aber ansonsten lege ich mich jetzt grad Mit keinem an Geh weg du Blödes Vieh Was mich in der Frieden Muss weg hier Muss dringend in mein Haus Und dann das Fleischbraten und was zu essen, Mann Oder was zu essen Essen Was denn hier? Ah Geh mal am besten gleich mal hin Dann mach ich mal Ne Fackel hin Ach, was mach ich denn da? Verdammt Noch eine Fackel Als Hinweis, dass ich weiß Ah ja, hier war diese Schlucht Oder diese Art Schlucht Da kann man hier ein bisschen Erde hinbauen Hm Mal was hier drunter So Jetzt bin ich doch schon in der Nähe Och nee Zum Glück Ist ja da reingefallen So Das ist immer noch am Brutzeln Das ist fertig Das Gold Das braucht man so oder so nicht Das kommt da rein Gold kommt auch da rein Äh Da machen wir das einfach hier nach oben Die Augen mal da hin Jetzt putzen wir uns einfach mal Die Steaks Im Moment Da kann ich auch mal grad das hier ran machen Das brauchen wir jetzt auch nicht Die Truhe Äh Äh Könnt man's eigentlich gleich hier hinstellen Da könnte mal Der Gemüsekram mal rein Äh Das bleibt hier Das Holz stopp ich jetzt mal hier rein Das Roh Holz an die Seite Das Roh Holz an die Seite Und das da hin Dann machen wir nochmal Roh Holz Äh Dann kommt das da hin Und da glaub ich Gravel das kann hier auch mit rein Äh Das kann eigentlich auch hier mit rein Die Wolle Da kommt der ganze Spaß hier mal mit drin Der Zaun kann erstmal hier rein Äh So Fleisch gebraten Ja Fünf Stück sind schon gebraten Na Erstmal cut mal was Noch eins So Jetzt halben wir uns wieder So Dann stopp ich hier mal zwei Fleisch rein Und zwei nehm ich am besten mit So Das Eisen ist auch gleich soweit Halt 46 Eisen Könnt ich mir eigentlich ne Rüstung von bauen Ähm Das war glaub ich der Panzer Dann Moment Das war die Leggings glaub ich Ne Moment Was mach ich denn hier falsch Halt Äh Ja bin ich denn Da Äh Dann brauche ich noch die Kappe Die ging glaub ich so Und die Schuhe Die Schuhe Gingen glaub ich so Japp So Brauchen wir noch irgendwie Eisenwerkzeug Ja ich würd sagen ne Spitzhacke baue ich Ähm Gerade nochmal Weil die andere ist nämlich auch gleich fertig Mh Mh Und dann noch ein paar Eisen Am besten Am besten drei Stück Mache ich sehr gerne Weil Stein Man findet halt Stein Sehr 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 viel Stein Deswegen mach ich das Ähm Das Eisen ein bisschen gleich wieder rein Dann stecken wir doch gleich meinen Anzug an So So von der Kohle lass ich mal die Hälfte hier Ähm Kann man ein bisschen aufräumen hier Moment da stopp ich dahin und das dahin Mh 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 Okay Geh mal schlafen Obwohl es wird ja gerade hell Aber ist ja egal So Der scheiß Keeper ist immer noch da Mh Das ist natürlich doof Äh Warum ist das eigentlich nur die Hälfte? Für mich ist das eigentlich volle volle Panzerung Komm her Komm her Mach hier hinten ein Blatt Hey 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 Äh Ich glaube das sind gar nicht genug Ich hab glaube gar nicht mehr viel Holz dabei Was ist das denn? Noch einer oder wat? Ich hab'n Sprengpol wenigstens dabei Och Ist ja fies Ne Hat mir ja kein Sprengpol Wiggen Was soll das? Kommt aber bestimmt gleich der nächstes Creeper Ne Bis jetzt ist noch kein Creeper da Ich glaube, das wird eigentlich reichen, dass das Loch wieder zu ist. Ja, ja, diese blöden Creeper immer. Aber was wir machen, ist halt so. So, ähm. Der Hütte steht ja schon so weit. Obwohl die Gegend mir nicht unbedingt so gefällt. Es geht aber eigentlich. Ähm, Kohle haben wir alles dabei. Ja, okay. Und ein bisschen Holz könnten wir gebrauchen. Ich mach mal die Hälfte mit. So. Hm. Jo, ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht, was ich jetzt machen könnte. Das ist immer so. Vor dem Let's Play, da hab ich immer sehr viele Ideen, was wir bauen können. Jo, und dann im Let's Play fällt mir so spontan eigentlich nichts mehr ein. Ich glaube, ich muss mir das vorhin mal irgendwie aufschreiben. Weil zwischendurch wenige Ideen haben, am besten mal aufschreiben. Das dann einfach bauen. Weil sonst vergesst du es wieder. Jo, dann würde ich einfach sagen, ich unterbreche wieder mal die Aufnahme. Und, äh, sage mal, abonniert mich. Äh, ich hoffe, euch gefallen meine Let's Plays. Ja, und es gibt ab sofort jeden Tag neue Folgen, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt. Und keine 15 Minuten Folgen, sondern ich kann jetzt maybe 15 Minuten hochladen. Das mach ich natürlich dann auch. Jo, und ich sage euch an dieser Stelle einfach mal goodbye. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Hier ist wieder Feindflug LP. So, ähm, ich habe jetzt eine, nur als Information, ein neues Let's Play begonnen. Falls ihr das gesehen habt. Und zwar nennt ich das Let's Play Colt 4. Oder eher gesagt, das Spiel nennt sich Colt 4. Ja, und was so ähnlich wie Resident Evil ist, wenn euch das interessiert, könnt ihr ja gerne mal in meinen Channel gucken. Da ist auf jeden Fall das Let's Play drin. Jo, wie ich gerade merke, es hakt wieder mal. Ich muss die Render-Stanz wieder umstellen. Wieder auf normal. Ähm, mal kurz gucken, ob mir da was anderes gibt. Nicht, aber sonst alles gut. Okay. So, ich bin da überlegen, was wir eigentlich jetzt bauen könnten. Äh, wir waren letztes Mal in der Höhle. Ich habe hier auch eine ganze Menge Zeug. Das ist Cooked Fleisch. Okay, Kohle. Hm, ich würde sagen... Wir bauen uns einfach mal... Und wir gehen einfach mal hier weg. Nur dafür, dass ich auch den Weg zurück finde. Damit kann ich mir eigentlich einen Kompass bauen. Ich glaube, ich kann mir einen Kompass bauen. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich habe hier, glaube ich, Eisen. Ich muss gerade mal schauen. Äh, Diamant haben wir. Ja, Eisen haben wir auch. Gut. Redstone haben wir auch. Sehr schön. Äh, muss ich kurz überlegen, wie ging jetzt... Upsala. Wie ging denn jetzt nochmal... Kompass, genau. Kompass. Und dann brauchen wir Papier. Äh, Papier. M-m-m-m... Mit, machen wir gerade nochmal... Obwohl, ich habe hier zwei. Das dürfte eigentlich schon mal reichen. So. Wir brauchen Papier. Ja, dann muss ich... Upsala. Rein damit ihr jetzt... Papier. Obwohl, Kompass würde eigentlich reichen. Moment. Muss ich gerade mal ausrüsten. Können wir gerade mal Fackeln machen. Haben wir so oder so erstmal nicht genug. Upsala. So, das würde auf jeden Fall reichen. So, der Kompass zeigt... Äh... Wo zeigt der denn da eigentlich hin? Hm. Okay. Hier zeigt er hin. Okay. Hier war unser Spawnpoint. Ja, okay. Dann wissen wir ja Bescheid. Gut. Dann können wir ja... Eine Runde gehen. Ich muss doch gerade mal was gucken. Äh... Ich habe leider kein zweites Schwert mehr dabei. Moment. Ich muss nochmal zurück. Muss noch mal ein zweites Schwert bauen. Ich habe leider kein zweites mehr dabei. Weil ich wollte eigentlich jetzt mal ein bisschen die Welt erkunden. Vielleicht gibt es noch eine bessere Stelle. Weil irgendwie die Stelle hier gefällt mir irgendwie gar nicht. Ich weiß ja auch nicht. Lieb es denn woanders zu hingehen? Natürlich werden wir was anderes finden. Moment. Wenn wir natürlich was anderes finden, dann gehen wir natürlich zurück und holen uns den ganzen Kram hier wieder. Sooo... Mal ein zweites Schwert. Auf, hier geht's! Was zu essen habe ich auch noch dabei. Das sind nur 202 Fleisch. Aber das wird ja auch nicht mal reichen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in diese Richtung. So, ich musste gerade mal was trinken. Ich meine, kein Pfehl länger trinken. Dann wird er nämlich kalt. Dann schmeckt er nicht mehr. Da ist gerade ein Hühnchen. Ich würde sagen, wir schlachten das ab, weil wir könnten nämlich das Fleisch eigentlich gebrauchen. Auch wenn es dann roh ist, ist es eigentlich egal. Ich habe zwar noch mehr zu essen. Na Hühnchen, wo willst du denn hin? Sooo... Schon haben wir das Hühnchen. Ja gut, ist ja kein Problem. Wir können das ja auch im Ofen bauen. Ja, wie gesagt, ich möchte eigentlich ganz gerne hier noch ein bisschen rumlaufen. Gucken, ob ich irgendwie noch ein anderes Fleckchen finde, weil da hinten das gefällt mir irgendwie nicht. Oder für mich ist auch eine Spalte, wo wir vielleicht da was Neues hinbauen können. Ganz schön viele Hühnchen. Aber ist ja egal, wir brauchen das so oder so Fleisch. Komm her! Sooo... Da oben ist noch eins. Und wir sind auch gleich bei. Komm her! Sooo... Mal gucken. Oh je, es ist schon wieder nur mehr. Ne, das ist ein bisschen neblig, ja, weil die Ränder-Distanz nicht ganz schön ist. Ich hoffe, es hakt nicht so sehr, aber es geht eigentlich. Nur ein paar war an der Burgkammer an. Ich hab leider noch keinen neuen Rechner. Ich hab immer noch den Dual-Core. Ja, eigentlich reicht er ja, aber... Hm. Gut, die Hühnchen holen wir uns auch gleich. Wir brauchen nämlich das Essen. Wenn ich genug habe, kann ich ja dann mal kurz anhalten und mal einen Ofen bauen. Oh je, ist alles voller Meer. Naja. Ich glaube, ich geh da lieber nicht lang. Was ist denn hier los? Hm. So abgehackt hier. Such mal einen anderen Weg. Weil ich will nicht nur die ganze Meer hier lang schwimmen. So. Ja, ihr fragt euch bestimmt, was für Mucke das ist. Ja, das ist 8-Bit-Mucke und zwar gibt's da schon eine schöne Seite. Das sind freie Künstler. Also ist das dann kein Problem. Man kann sich das dann runterladen. Sollte eigentlich auch kein Problem mit YouTube geben. Eigentlich nicht. Das ist natürlich schön. Na, kommst du her. Die Hühnchen kann man immer so schlecht treffen. Aber solange ich immer was zu futtern kriege, weil man hat Mais. Kommst du her. Na, na. Kommst du her. Ja, toll. Egal. Was sind denn noch mehr Schweine? Moment, ich muss das gerade mal... Ach, falsch tastet schon wieder. Äh. Was mach ich denn da? So. Auch nix zu essen gehabt. Oder wie? Hast du wenigstens was? Ja. Du hast wenigstens zwei. Na, wenigstens etwas. Und dann auch zwei. Dann hat's ja wieder ausgeglichen. Gut, ich würd sagen, wir gehen einfach mal da hinten lang. Joa, zuerst haben wir erstmal genug. Oh, es wird natürlich dunkel. Das ist natürlich ganz schlecht. Wir haben natürlich kein Bett dabei. Und ich hab, glaub ich... Warte mal, hab ich eigentlich Peaceful eingeschaltet? Ne, ich hab Easy drin. Okay. Gut, ich hab Peaceful drin. Puh. Hab ich Wolde dabei? Ne, hab ich natürlich nicht dabei. Ja, ich war natürlich auch wieder mal sehr schlau. Oh, Mann. Ja, geh ich zurück. Aber ich glaub, ich lass das. Ich glaub, ich... Puh. Lauf einfach. Weil find ich ja ne Höhle. Dann geh ich in ne Höhle. Oder muss ich dann halt, ja, irgendwo... Einen Erdspalte bauen. Natürlich sind das auch keine Schaf hier in der Nähe. Schade. Hier ist wieder so viel Meer. Na gut, auf dem Meer kann ja nicht viel passieren, wenn wir schwimmen. Na komm, ich schwimm auch mal lang. So wie ich weiß, können wir die Zombies und so weiter hinterher. Aber es kann eigentlich nicht viel passieren. Boah, sehr viel mehr, das gibt's doch nicht. Ist auch eigentlich ganz neu. Ach, egal. Ich find's aber nicht schlecht eigentlich. Weil das widerspiegelt halt, äh, die richtige Welt. Und das ist ja eigentlich Minecraft, soll ja die richtige Welt darstellen. Ich kann da belegen, schwimm ich zurück. Ich weiß gar nicht, wie weit ist dann das eigentlich. Weil ich will eigentlich auch einen anderen Weg nehmen. Es ist mir alles ein bisschen doof hier. Na komm, ich schwimm zurück. Scheinlich, wenn wir zurück sind, ist es wahrscheinlich schon wieder Tag. Naja. Äh. Ja. Komm, es ist doch gar nicht weit. Es ist doch, glaub ich, hier gleich in der Nähe. Kann man sehen. Ach, da ist doch schon. Unser Haus. Na dann. Kann man hier nicht schneller schwimmen? Das geht nicht, wa? Nee. Schade. Na gut, wir gehen mal erstmal. Da ist nur. Was ist denn da? Skelett, glaub ich. Egal. Hab's kein Creeper? Nee, das ist ein Zombie. Noch ein Zombie. Noch ein Zombie. Vier Zombie und ein Skelett, oder wat? Na egal.